Sooo... Was denkst du, was denkst du, was die Frau mit der Wurst macht, he? Mein Gott! Jaaa, jaaa... Geil, ich hab kein Crafting Table. Mach dir ein. Kein Holz dabei. Oh, okay. Ich bin in der Höhle. Ich hab hier kein Lavasee entdeckt. Oh, man, es wird dunkel. Geil, dass man... Und ich kann nicht mehr rennen und die Bestseech... Ich so, Lavasee. Deine Mutter. Es ist ja Lava-Anweis? Hat da irgendwie mal Lavasee? So kann ich mir vorstellen, Ich will Diamanten. Gib mir die verfickten Diamanten. Ich auch einiges, ne? Du willst ein Leben Dann kauf dir ein Spyroller Gibt es nämlich alles Ja jetzt krieg ich nämlich von Roller 10.000 Euro Ein Kick Unterstützt euch Boah da haben sich letztens bei so einem YouTuber Voll viele aufgeregt Weil der das ja nicht markiert hat Und was haben sie gezockt? Faged and Fidgets Oder wie das heißt? Shades and Fidgets Irgendwie wie dieses Scheißspiel schon heißt Der Mr. Wagner Nein Mr. White Walter White Walter White Es ist eh nicht sein richtiger Name Der zockt auch Shades and Fidgets Der ist übel sucht Oh hey Oh da ist wieder Redstone Rotstein Ey genau in dem Moment Wo du es gesagt hast Hab ich einen Block abgebaut und hab Redstone gefunden Redstone Diamanten Ah ich hab Diamanten gefunden Ähm Echt? Das würde ich jetzt voll ausrasten Blay Blay Ich finde es so geil wie ein Taddle das sagt Alter Ja da haben sich manche echt gedacht Blay Blay Oh Eine Frage spielt eigentlich einer von euch manchmal mit Super Secret Settings? Nö Ich hab's immer durchgemacht Alter ich kann ja was Blay Hast du auch den Kopfübermodus gehabt? Das ist hart Oh Alter ich hab meine gekotzt Ja vor allem Manchmal spiel ich das einfach mal so aus lange Weizen Wieso kotzt man bei sowas? Wieso wird einem da schlecht? Ich check's nicht Mir wird beim Übeleffekt schlecht vielleicht Also da Da verdreht's Da wird mir nicht schlecht Da verdreht's mir vielleicht den Kopf Wenig aber da wird mir doch nicht schlecht Alter was habt ihr für Mein Gott Ich kann nur hundertmal Achterbahn fahren Mir wird nicht schlecht Ja genau bei mir ist es andersrum Weißt du bei mir Ich kann mir Bilder angucken Also solche 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 verwirrenden Bilder Da wird mir nicht schlecht oder so Aber wenn ich Achterbahn fahre Danach Danach kann ich nicht mehr grad Danach kann ich nicht mehr stehen Von alleine Ich suche einfach richtig tief in Höhlen nach Nach Lava Und ich grabe mich nach oben Bin an der Oberfläche Und zwei Blöcke vor mir ist ein Lavasee Ja weißt du ich Ich laufe hier rum Und hier ist nur Lava Ich könnte jetzt eigentlich mal hier vorbeikommen Wäre eigentlich mal recht sinnvoll Können wir schlafen? Blöy Blöy Alter jetzt finde ich hier nichts mehr raus I'm so fancy Franzi Boah ich freue mich auf Mittwoch Naja auf Dienstag Habe ich keinen Sport Glücksfüß Hihi Weil ich nämlich Übungsprojekt hab Fuck Hey Andri Gibt's bei euch an der Schule Informatik? Ja Jeden Montag 14 Uhr bis halb vier Okay Bei uns fällt das jetzt ab sofort aus Weil wir sowieso alles schon durch haben Alter ich bin übelst langsam irgendwie da drin Alter Ey Ich werd das richtig durchrocken man Ich werd mir da die geilste Note holen Was gibt ey Ja es ist ja leicht Nur die Zeit ist ja die Scheiße Aber das geil ist Wir haben im Projekt Also in der Aufgabe Die wir in Wirtschaften hatten Ich weiß nicht Ob ich den Enderman vor mir angreifen soll Da haben wir eineinhalb Stunden Also wir haben einfach mal testweise Zwei Stunden Zeit gehabt Also 120 Minuten Und hatten da ein paar Aufgaben Alter Ich hab die genau Bis zum Ende hatte ich die gehabt Also schaffen tut man das bestimmt Aber es ist halt nur Ja das schafft man Es ist halt nur die Tatsache Dass man halt Es hat man Man hat es halt genau am Ende geschafft Ja Man hat es zwar geschafft Aber sehr knapp Man darf halt nicht trödeln Ja alter Wir haben da ja die ganze Zeit Miteinander gelabert Den Herrn Anders Den Karl stört es einfach nicht Der sagt zwar Ja wenn ihr weiter labert Dann geht halt Zeit weg Aber den Den juckt das nicht Der hockt da vorne Guckt in seinen Aktien rum Und den juckt das einfach nicht Ich find das immer so geil Jedes Mal wenn ich vorgehe Da hat der das Wirtschafts Ey das Das Aktienfenster offen Jedes Mal Rehle Böck Was Rehle Böck Mr. G Was Wir werden wieder zu Hause Ich möchte den Warnamen nicht sagen Wie heim wir jetzt schlafen Rückwärts Rehle Böck Rück Sag doch einfach Dr. G Oder Mr. G Ja Mr. G Mr. G Nicer Mr. G Nicer G Nicer G Nicer Chil Nicer Nicer Nee Pell Alter Diese Diese Applausur Serie Fand ich auch Sau geil So ein Ach ne Das hieß ja Die Folge hieß ja Applausur Scheiße Leute ich bin grad irgendwie an unserem alten Spawn Wo bin ich denn hier rausgekommen Alter Leute ich bin echt an unserer alten Höhle wieder An unserem An unserer alten Ding Leute bist du ganz in der Nähe Boah Jungs Alter Hast du doch Diamanten gefunden Nein Ich bin schon aus der Höhle raus Alter ich bin gerade da gelaufen ja Ich bin so Geronimo mäßig Da standen zwei Creeper Ich bin aufgehalten worden fast Dann stand ja der Creeper Ich spring einfach an dem Creeper Voll durch den durch ne Und dann fliege ich einfach diesen Berg nach unten Ah Ah Was ist denn jetzt los Alter Ach das war gar nicht Tobi Weißt du Ich lieg so im Bett Hab ich auch gerade gesagt Aus Augenwinkel Creeper komm Ich bin gerade noch so aufgestanden Hoffentlich hat's dich weggespringen Ach Alter Dieser Schrei Alter Ich hab gedacht das wär Tobi Alter Ohne Scheiß Hab ich auch gedacht Mein Bett ist weg Geil Ich glaube das ist noch ein bisschen mehr als dein Bett Alter ich fisste euch Ja sein Schwanz ist mir abgeflossen Oh fuck Alter Bei der Creeper hat ihm jetzt ne Muschi auf ihm gespringt Boah Alter verpisst euch aus meiner Burg Muschis Ey irgendwie ist unser alter Spawn von meinem Oder von unserem Von so unserem zweiten Dorf Kann ich mal so weit entfernt Alter So ne Fäkaliengeburt Alter Ich schwör Oh fuck man Hat jemand Wolle Alter verpisst ich Alter scheiße man Okay alles in Ordnung Hat jemand Wolle Ja wo denn Wo soll die Fotze sein Fickt euch ins Knie Alter ich hatte gerade den Schock Was ist das Leben Okay Ich lach was wegen was anderem Vieh Alter wie geil das gleich wird Was ist los Was hast du angestellt Das wirst du dann schon merken Boah Alter das ist aber richtig assi Eigentlich ist das gerade richtig assi Boah das ist ja richtig asozial Okay okay Ich krieg mich nicht mehr ein Alter So viel Spitzack Wolle ich nicht machen Nein du kommst mit Komm her Hallo Fick dich Spinnen Mach lieber mal mein Fenster zu Alter Alter Was geht mit dir Boah 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 Ich reiß dir gerade fast mein halbes Headset raus Mach doch Alter Zombies halt nicht so laut man Boah haltet euer Mann ist so laut Boah haltet euer Mann ist so laut Hey was hat er denn Von wem redet der da gerade bitte Ich check gerade überhaupt nichts Ich will jetzt auch auf die scheiß Zombies Wie das nicht einfach alle lachen ey Oh god ey Halt auf den Ficker auszulachen Tobi ich muss mal kurz durch dein Tor hier Ich mein was Nein nicht Tobi Hier Clasher Ey du machst was Ich hab grad nen Creeper mitgebracht Oh ich hab ne Hasenfote Oh geil Finde ich gut Boah Alter was hier außen abgeht Alter Ich hab jetzt nen öffentlichen Zaubertisch gemacht Ey Allein hab ich das aufgenommen Ich schwör AAAAAAAH AAAAAAAH Weg von den Kisten Alter AAAAAAAH Ich schreie so nicht Na gut manchmal Weg von den Kisten Weg von den Kisten Weg von den Kisten Weg von den Kisten Ich geh auf jeden Fall Ich komm auch mal Ich will auch ein Bisschen Party miterleben Ich glaub dass wir die Parten für sich Boah alter Was dein Halt auf Die geilste Troll-Aktion ever, Alter. Alter, wie scheiße sieht das zu kommen aus. Das war die geilste Troll-Aktion überhaupt, Mann. Alter, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viele Creeper ich mitgebracht habe. Ich habe dem so viele Creeper ins Haus geschickt, Alter. Ach, das habe ich heute. Ja, warte. Creeper-Massar! Weißt du, er schreit da so rum mit dem Creepern und hinter mir sind einfach so viele Creeper. Ich denke mir so, ja komm, nimmst du mal mit, ne? Du trottest dich jetzt erstmal unsichtbar. Ich habe die jetzt einfach alle mitgenommen zu ihm. Ich glaube, er ist gerade eine Ader geplatzt im Gehirn, ey, im Kopf. What the fuck? Ich habe gerade Kopfschmerzen, wie Sau. Oh, meine Stimme sind. Ist klar, Alter. Mann, Alter. Ey, ich bin nicht der Pest, ganz normal. Denk ja nichts Böses. Sieh aus den Augenwinkel. Wenn du mir eine Creeper reinbringst, na? Macht er schon nicht, der ist doch lieb, der Marcel. Weg. Wachen wir jetzt eigentlich alles so stumm gerade. Der Marcel hat schon wieder was vor. Ich weiß es genau. Ich habe es in einem Ruhm. Ey, bei dem wurde gerade geklopft, deswegen hat es ja auch gemütet. Achso, ja, ich habe mich schon gewundert, warum es bis jetzt die auch so wenig rauschen gab. Als ob Marcel sein Headset rauscht. Als weniger rauscht, als super. Also, ich habe mein Headset auf, aber das ist mir schon vorhin von meinem. Genauso, wenn man das gerade stummgestellt ist, das kann ich mal annähernd rauschen. Deswegen habe ich ja gesagt, das rauscht nicht mehr so sehr. Weil ich höre irgendwie, bei jedem höre ich immer ein bisschen rauschen. Ach ja. Ja, bei dir ist das Rauschen am lautesten. Ich rausche keiner. Marcel, komm mal bitte zu mir. Alter, ich baue mir alles. Alter, wie geil, Alter. Ich fand das so geil gerade. Ich habe ihm einfach fünf Creeper oder so mitgeschickt, ey. Mann, Alter, ich wünschte, ich hätte es einfach mal auf Aufnahme. Diesen scheiß Creeper dauschen Augenwinkel. Ich schwöre, ey. Alter, Tobi, kannst du dir vorstellen, wie viele Creeper ich im Schleppdau hatte für ihn? Ich hatte fünf, sechs Stück gehabt. Ja, erst habe ich viel mitgenommen und dann standen vor seinem Haus einfach noch zwei Stück oder so. So, jetzt müssen wir wieder zurückfinden. Kacke. Oh, Clay. Kacke. Marcel, kommst du mal bitte zu mir. Ich will dir einen Zaubersch mitgeben. Ich baue es erst mal wieder was ab. Marcel, ich habe doch keinen Klärmer. Ich weiß drauf, hier ist genug, Junge. Sehr gedacht, ich habe noch mal wieder. Ist mir schwer, Mann. Alter, mein Kopf. Ja, mein Zweigfell. Darum schmerzen. Mein Zweigfell, wir haben es geschafft, drei Stunden, nein, ich würde jetzt gerne aufhören. Komm, letztes Jahr hast du vier Stunden vorgenommen. Da ging es mir auch besser. Da war ich nicht so. Und außerdem soll ich mal sowieso heute aufhören. Meine Mutter hat sich schon beschwert, dass ich so laut bin. Deshalb, sonst muss ich meinen Gang runterschalten. Drei. Zwei. Ich muss noch einen aufnehmen. Ich muss noch einen aufnehmen. Unbedingt. Drei, zwei, eins. Hallo. Ah, Petsch. Hey, ho. Äh. Jo, jetzt haben wir alles, was gesagt, außer er. Das ist eigentlich sein Video. Ich habe gesagt, äh. Das weiß ich nicht. Was willst du jetzt? Verpiss dich. Ich hau' ihn einmal und schlag' ihn mit dem Bogen. Wie so'n PvP-Kampf. Und flieg'. Ich pushe dich. Warte, gerade irgendwie ein Gang.